Was ist eure Lieblings-Social-Media-Plattform? YouTube, TikTok, Instagram oder Spotify? Ja, ihr habt richtig gehört. Spotify. Aber Spotify ist doch gar keine Social-Media-Plattform. Naja, es entwickelt sich aber in letzter Zeit zu einer. Und in diesem Video geht es genau darum. Zuerst behandle ich Spotify im Generellen. Hauptsächlich Podcasts, Videopodcasts und auch YouTube-Podcasts, die das Hauptthema im heutigen Video sind. Und nachdem wir diese drei Themen abgeschlossen haben, gibt es noch meine eigene Erfahrung. Und am Ende gibt es eine Schlussfolgerung. Also bleibt bis zum Ende dran, dann ist es wirklich wichtig. Jo, Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video in diesem Video. Keine Ahnung, was wir hier drin machen. Aber abonniert und liked auf jeden Fall erstmal. Wow, was ein cooles Video. Das auf Spotify. Vielleicht hat dieser Podcast ja noch mehr coole Videos. Warte mal, was? Ein Video auf Spotify? Seit wann geht das denn? Klar, jeder kennt Spotify. Eine Plattform, auf der man hauptsächlich Musik hochladen und anhören kann. Viele wissen wahrscheinlich auch, dass es Podcasts gibt. Wie zum Beispiel auch Hobbylos oder Muttersöhnchen. Und wer Muttersöhnchen kennen sollte, weiß auch, dass sie einen Videopodcast machen. Ein Videopodcast? Was ist das? Naja, sowas habt ihr gerade schon gesehen. Wir können es uns auch einfach nochmal anschauen. Aber ich glaube, ich erspare euch lieber diese nervige Stimme. Okay, wenn sie einen Videopodcast machen, dann müssen sie ja sehr hoch in den Charts sein. Aber wir können ja mal schauen. Platz 58. Wow. Das ist schon krass. Wer ist denn auch in den Charts? Warte mal, Fortnite-Gamer? Wer ist das denn? Ihr werdet jetzt denken, ist es ein gewöhnlicher Podcast über Fortnite. Aber hören wir uns doch einfach eine Folge von ihm an. Mit einem herzlichsten Willkommen wieder zu Ende von dem Podcast. Okay, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Er macht einen Videopodcast, in dem er Fortnite spielt. Also quasi macht er YouTube in Spotify. Seit wann geht das denn? Und außerdem benutzt er auch Copyright Audio, in dem man Fortnite einen Tanz ausführt. Ich habe das deswegen auch nicht weiterspielen lassen, damit ich keine Schwierigkeiten bekomme. Und was jetzt kommt, wird euch noch mehr schockieren. Heute spielen wir ein bisschen Podcast holen. Und ich muss ganz schön reden. Also warte, er hat eine eigene Map? Oder wurde die von jemand anderem gemacht? Ich ahne, okay. Okay, Creator, AFK sind trotzdem da. Vielleicht ist es ja auch ein Podcast. Schauen wir da doch mal vorbei. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AFK. Ja, und trotzdem da. Ich habe ja vor ein paar Tagen so eine Ankündigung gemacht mit einer Map. Und die gibt es jetzt. Aber um einen Creator-Code zu bekommen, den man braucht, um meine Fortnite-Map veröffentlichen zu können, braucht man über 1000 Abonnenten auf YouTube. Durch den Podcast können sie es nicht haben. Denn ich habe bei allen vorbeigeschaut und sie haben keinen YouTube-Kanal verlinkt. Aber vielleicht kann man sie ja trotzdem irgendwie auf YouTube finden. Okay, auf YouTube habe ich jetzt auch nichts gefunden. Vielleicht war es ja auch ein Freund von ihnen. Schauen wir doch mal, welche Podcasts diesen hier ähneln. Dafür gehe ich zur Information und dann drücke ich auf den kleinen Gaming-Button. So. Und jetzt heißt es suchen. Okay, hier sind sehr viele Podcasts. Battlecast, Gurken-Game-Cast, Villager-Verse. Ich kann euch sagen, das sind alles Videopodcasts. Aber was meinen Blick gefangen hat, war Game World. Also habe ich da draufgeklickt. Okay, was hat der hier für Folgen gefordert? Ja, okay, wahrscheinlich ist das schon ein Videopodcast. Aber schauen wir mal die... Warte mal, ein Holzkopf? Leute, schaut euch das Cover an. Ein Holzkopf hat ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, es gibt Leute, die halt Videos, seine Videos auf Spotify hochladen. Und warte mal, was habe ich da gehört? Ein Holzkopf hat ein Video darüber gemacht, wie Podcasts seine Videos auf Spotify hochladen. Das muss ich mir anschauen. Ich habe noch nie so was Dreistes gesehen. Noch dreister als meine dutzenden TikTok-Faker. Denn anscheinend gibt es Leute, die meine Videos auf Spotify hochladen. Warum Bro re-upload mein Video auf Spotify? Als Podcast? Man sieht da ein Screen-Recording. Wer schaut überhaupt Videos auf Spotify? Also wo ist der Vorteil? Ihr könnt mich da nicht mal abonnieren. Und ich bin nicht der Einzige, der auf Spotify beklaut wird. Was lädt ihr alles hoch? Sandra und Guka prangen den Chat, Mindshops, XSL-Challenge, Bastiki-HG? Euch erwartet das maximale Chaos. Zusammengestellt auf Season 6, 9. Ich hoffe, du schaust dieses Video hier gerade nicht über Spotify. Oder? Ich glaube, er hat eine ganz große neue Bubble entdeckt. Aber schauen wir doch mal selber. Warte mal, das war es schon? Ja, dieses Video wird in zwei Teile aufgeteilt. Deswegen abonniert gerne, um den zweiten Part zu sehen. Und liked auch gerne dieses Video für die Mühe. Denn insgesamt mit beiden Teilen hat mich dieses Video fast vier Tage als über 90 Stunden an Arbeit gekostet. Und wenn das kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.